Jusuf, Nachbar von der Hai Babo. Die bekannteste Sängerin des Balkans, Violeta Vicky Miljkovic. Hast du von ihr was gehört? Ja, sehr viel. Was denn? Ich bin so aufgeregt, ich ziehe meinem ganzen Körper, schau mal. Nein. Dass diese Frau neben mir steht. Oder? Ja. Wer ist die Hübsche? Sie oder deine Hilde? Aber bitte nicht uns posten. Sie ist wunderhübsch. Sehr, sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Er sagt, dass sie Jakob liebt, dass sie Jepso und Jepso ist. Ja. Du bist nicht aufgeregt, dass sie uns nicht aufgeregt. Aber Jepso sagt, dass ihr Jepso und Jepso ist. Ja. Was hat sie denn gesagt? Sie hat gesagt, sie bedankt sich für das, was du gesagt hast. Dass sie sehr schön hieß. Wunderschön. Und hat sie gesagt, du singst sehr gut. Sie hat Geschmack. Das kannst du mir glauben. Ja, hat sie Geschmack. Ja, das kannst du mir vorstellen, wenn ich ihn sehen ist, was du dieses Spiel macht es nicht mehr? Ja. Was ist das? Ja. Mein Vater... Er hat sich die Welt zu sehen. Er hat mich mit dem, dass du ihn vorstab. Sie sind fantastisch in der Szene. Ich freue mich, Jusuf! Wir sehen uns, dass... Oh mein Gott, Sie reden mit mir und ich verstehe aber nichts! Dankeschön!